Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Ihr Roman, der beginnt mit einer Szene, mit mehreren Szenen noch im Iran, in Teheran, wo Sie ja auch bis 1986 aufgewachsen sind. Sam erlebt also diese ersten Kämpfe, den Golfkrieg. Die Mutter, die wird in ein Foltergefängnis gebracht. Haben Sie selbst auch noch konkrete Erinnerungen an diese Zeit? Ich habe sehr konkrete Erinnerungen an die Zeit. Ich bin mit zehn hergekommen und ich war zwei, als die Revolution losging. Der erste Satz, den ich überhaupt sprechen konnte, war Tod dem Schar. Das heißt, ich bin auch schon dort politisiert worden. Die Revolution betraf natürlich jeden einzelnen Bürger dort. Und kurz danach ging ja dann halt auch schon der Krieg los. Es gab ein kurzes Machtvakuum und den Krieg habe ich sehr bewusst wahrgenommen. Und ich habe es auch so wahrgenommen wie Sam in meinem Buch. Ich konnte den Krieg, der dort an der Front spielt, nicht so wirklich verbinden mit dem, was bei uns zu Hause passiert. Weil das war jetzt nicht so ein Bürgerkrieg, wo man im schlimmsten Falle den Menschen, der auf einen schießt, kennt, weil das irgendwie der Nachbar ist, der eine andere Zugehörigkeit hat. Sondern das kam dann halt zu mir als Kind über die Propaganda. Und das sah irgendwie auch für mich alles so nach Sieg und Fleiß und guter Arbeit aus. Ja, aber die Versehrten, dann die Bomben, dann läuft man über den Markt und jemand hat tatsächlich eine Rakete, die nicht hochgegangen ist, ausgegraben und stellt es da so als Zeichen seiner Unbesiegbarkeit auf den Markt aus. Es gab solche Momente, aber wir hatten es halt mehr mit der Armut zu tun, die damit verbunden ist, mit rationierten Essen, mit Lebensmittelschlangen, mit Säcken von Reis, die dann vom LKW kommen oder so. Und die Eltern im Buch, aber auch ihre Eltern, soweit ich weiß, waren ja auch politisch denkende Menschen. Der Vater, finde ich, im Buch ist auch eine sehr, sehr interessante Figur. Bevor wir über die Brüder vielleicht sprechen, der kommt ja dann, er ist Schriftsteller, er ist Marxist. Er kommt dann mit den Jungs nach Berlin-Neukölln und fährt dann irgendwann da Taxi und hat so seine kleine Community, in der er ist. Aber ich finde ihn sehr interessant, zum Beispiel eine Szene, da sitzt er in so einem Schrebergarten und analysiert das, was das eigentlich ist. Sieht aus wie ein Slum, die Häuschen, aber die Autos davor erzählen doch was anderes. Das ist irgendwie, finde ich, eine tolle Figur. Ja, die Figur mögen sehr viele. Ich muss eine Sache korrigieren. Er ist nicht Schriftsteller. Das ist mein Vater, mein wirklicher Vater. Er radikalisiert sich, politisiert sich während der Studienzeit, wird links, so wie die Revolution auch eigentlich begann. Und die Revolution kommt ihm abhanden. Es gibt ein Attentat auf ihn und er lebt, also er ist ursprünglich Lehrer eigentlich und lebt dann von Kalligrafien, die er macht und arbeitet als Filmvorführer in verschiedenen Kinos. Und das ist so die Atmosphäre, die ich damals halt auch sehr genossen habe als Kind. Diese runtergekommenen Kinos im Süden Terrans, in den ärmlicheren Vierteln, wo mich aber mein Onkel hingeführt hat. Er ist ja auch ein ganz feinsinniger Mensch, der dann sagt ja, wir sind auf einer Reise. Also er sagt nicht, wir sind im Exil oder auf der Flucht, sondern er wählt die Worte ganz genau. Und auch die Jungs sind eigentlich sehr sensible, feinsinnige Burschen. Aber der eine vor allem, der kommt ja dann relativ schnell eigentlich vom ersten Schultag an fast, sagen wir mal, auf die schiefe Bahn, wird so ein richtig brutaler Typ. Und das widerspricht ja auch so ein bisschen eigentlich diesen Klischees, die wir im Kopf haben. Wie kommt es, dass jemand, der auch eigentlich so einen Hintergrund mitbringt, so eine Sensibilität da so kippt? Sam ist, das ist der große Bruder, ist ein schwieriger Junge mit einer schwierigen Kindheit. Ich wollte natürlich nicht so monokausal da reingehen und sagen, schau mal, hier ist ein sehr zarter Junge und bestimmte Dinge passieren und er geht durch dieses Martyrium. Warum also wird er zu diesem Monster oder so? Was in meinem Buch behandelt, ist die Frage der Würde. Er ist gewaltbereit, also er hat das Potenzial dazu, er hat einen Machtanspruch, der sich weniger über herrschen wollen ausdrückt, als über den Willen zu gestalten. Er reagiert sehr schnell und er lässt sich auch recht gut auf neue Situationen ein. Nur oft, manchmal ist es zu spät, dann hat er natürlich auch eine Psychologie. Der hat den Krieg sehr nah miterlebt, der hat den Tod seiner Mutter wirklich miterlebt, wahrgenommen. Und der lebt ja auch gleichzeitig in so einer Art Fantasiewelt, in die er sich dann immer wieder geflüchtet hat. Und das sind halt so diese surrealen Teile des Romans. Aber die haben ja eigentlich alle, diese ganzen Jungs, mit denen er dann da auf der Straße ist und die, wie Sie sagen, gewaltbereit sind, die haben ja alle auch irgendein Stück Krieg in sich. Das beschreiben Sie, finde ich, auch ganz gut. Das ist richtig. Ich habe, um zu Ihrer vorherigen Frage zurückzukommen, ich habe meinen Figuren etwas zugeschrieben, was wir oft, wenn wir das Genre Milieuroman oder so haben, oft nicht tun. Und zwar eine Innerlichkeit, dass diese Menschen auch logisch handeln, auch eine Intelligenz besitzen, auch sehr unabhängig denken können. Weil das ist, was ich auf der Straße halt auch tatsächlich sehe. Ich sehe eine sehr kluge, auch eine Anpassungsfähigkeit. Damit meine ich jetzt nicht an die deutsche Mehrheitsgesellschaft oder so, sondern an die Realität, durch die die durchlaufen. Die lesen nicht die Zeitungen, die kennen diese Debatten nicht, die versuchen, in diesem kleinen Rahmen, der ihnen da gegeben ist, möglichst durchzukommen. Aber halt auch Macht auszuüben und ich will hier Armut auch überhaupt nicht verklären. Das sind halt keine traurigen, armen Menschen, die keine Mittel haben, aber nur gute Absichten. Aber Sie kennen das auch aus eigener Anschauung. Sie haben ja auch so in dem anderen Bruder, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der macht ja eine ganz andere Laufbahn. Der geht aufs Gymnasium und macht eigentlich eine fast bürgerliche Existenz. Sind das auch so diese beiden Brüder, so ein bisschen die zwei Seelen in Ihrer Brust auch? Das haben Sie sehr gut erkannt, ja. Also ich habe eine Vergangenheit wie Sam und eine Gegenwart wie Nima, wobei ich aber nicht den Charakter Nimas habe und ja, vielleicht eher den Charakter Sams. Aber woher haben Sie das? Ich finde, der Roman ist wahnsinnig kraftvoll und zieht einen irgendwie sehr in seinen Bann. Nicht zuletzt, weil Sie so toll erzählen. Und auch diese Sprache nehme ich mal an. Ich meine, ich kenne diese Szene nicht aus eigener Anschauung, aber wo haben Sie diesen Sound her? Sie sind, muss man noch dazu sagen, Sie sind auch ein wirklich bekannter Barbesitzer in Berlin-Kreuzberg. Aber da hängen ja solche Leute jetzt wahrscheinlich auch nicht rum in Ihrer Bar. Wo haben Sie das her? Woher können Sie das so gut? Dankeschön. Wenn man so etwas schreibt, dann braucht man auf jeden Fall eine Kunstsprache. Ich kann diesen Roman nicht schreiben mit dem Vokabular, das dort auf der Straße halt tatsächlich stattfindet. Ich kann, ich möchte aber auch nicht so aus der Vogelperspektive drauf schauen und das so soziologisch oder bildungsbürgerlich beschreiben, was dort passiert. Also habe ich eine Sprache gewählt, die ziemlich meine ist. Das Buch hat ja auch etwas sehr Orales, das erzählt sich so. Das klingt so ein bisschen, also das war zumindest meine Absicht, ich hoffe, das ist mir gelungen, dass der Leser jemandem zuhört, der gerade etwas beobachtet hat. Hier gab es gerade einen Überfall und jetzt erkläre ich mal schnell, was da passiert ist. Und mir war es halt auch da sehr wichtig, die Figuren nicht zu durchleuchten, da nicht zu ihnen ihre Geheimnisse zu lassen und halt eben auch ihre Würde. Und vielleicht auch diesen ganzen Klischees, die über dieses Milieu, sage ich mal, kursieren, mal was anderes entgegenzusetzen. Exakt. Und um nochmal kurz auf die Sprache zu kommen. Ich hätte diese Würde angetastet, hätte ich angefangen, mir eine Sprache anzueignen, die so klingt wie diese Menschen dort. Und das war so eine Mitteldistanz, die ich dann gewählt habe. Und das ist ziemlich nah bei meiner eigenen Sprache. Jetzt sind Sie ja noch Debutant im Literaturbetrieb. Sie sind im Sommer in Klagenfurt beim Bachmann-Preis angetreten. Wie hat Sie das jetzt gepackt mit dem Schreiben? Sie haben ja vorher Drehbücher geschrieben, habe ich gelesen, aber das ist ja was anderes, als jetzt so einen Roman zu schreiben. Geben Sie jetzt das Nachtleben in der Bar auf und werden nur noch Schriftsteller sein? Ja, also wie habe ich angefangen? Ich habe natürlich durch meinen Vater sehr viel mitbekommen. Wir haben eine sehr große Bibliothek gehabt. Ich habe einen Vater, der sehr versunken ist in der Literatur, auch im Alltag, über lange Strecken des Tages teilweise nicht ansprechbar. Ein sehr liebenswerter und etwas kauziger Mann. Insofern habe ich, er ist Lyriker, das heißt, es gab halt immer diesen Bezug zu Poesien, den ist bei Iranern sehr ausgeprägt. Und für die Schönheit von Sätzen und dann halt eben auch von der Kraft. Mit der Literatur konnte ich halt allerdings nicht besonders viel anfangen, als wir hier waren. Da war es dann, da wurde es dann immer ersetzt durch Rap. Aber bleiben Sie jetzt beim Schreiben? Ich bleibe auf jeden Fall beim Schreiben, ja. Das nächste Buch entsteht schon. Und ja, das mit dem Nachtleben, das muss ich jetzt mal so, das muss jetzt so ein bisschen einbüßen. Besat Karimkani, vielen Dank für Ihren Besuch und für dieses Gespräch. Alles Gute. Und der Roman von Besat Karimkani ist unter dem Titel Hund Wolf Schakal beim Verlag Hansa Berlin erschienen. Und der Roman von Besat Karimkani ist unter dem Titel